hallo liebe pokofreunde und bitte wieder hier und es ist die neue season ankündigung heute rausgekommen mache ich natürlich auch wie immer ein video dazu und zwar gibt es neue liga infos erstens die neue season heißt similisches teamwork bin ich mal gespannt da wird es bestimmt viele teamwork aufgaben geben kampf liga himmlisches teamwork die kampf liga himmlisches teamwork beginnt am samstag den ersten juni 22 uhr sehr schön mitteleuropäische zeit folgendes geschieht beginnen ja das kennen wir alles genau zeitplan das ist zum beispiel wichtig die liegen die sind super liga hyper liga dann hyper liga primär natürlich dann hyper liga dann samt summer cup super liga edition meister liga ganz aber immer noch super liga edition super liga hyper liga meister liga sehr schön da wieder super liga und meister liga primär sehr schön hyper liga super liga remix meister liga super liga remix dann wieder alle liegen super liga fantasy cup super liga edition hyper liga fossil cup edition super liga meister liga fossil cup edition super liga und dann ist da auch eine änderung die ich auch feiere alle liegen auch fun cup edition super liga ja ist in ordnung aber man hat endlich liegen zur auswahl und es gibt nicht diesen blöden fun cup mini also ich bin generell gegen fun cup aber wenn es alternativen gibt dass man zb andere ligen spielen kann ist das völlig in ordnung kann so bleiben und letzte woche ist auch noch mal alle ligen sehr geil ja von den liegen her gefällt mir das sehr das macht freude so kampf woche kampf woche himmlisches teamwerk freitag 16 august um 0 uhr bis dienstag 20 august 20 24 kampf woche 100 kämpfer ja fristet forschung das ist auch gut also das ist nur die andere werte ich musste kurz gerade lesen quasi kann es auch 0 15 15 geben weiß ja was es für pokémon belohungen gibt es winger winger ist cool pilipa 100 hyper liga könnte man machen so kex kapono viscora mini iras wrestle pikachu da hat sich nichts geändert macholo skogler hat man auch vorher winger ist halt neu glaube ich ne oder hat man auch krassler ist neu würde ich sagen aber eigentlich hat sich da nichts geändert für die eifrigsten kämpfer gibt es im shop kostenloses ticket ja nämlich doch sowieso mach mal doch eh immer avatar artikel und andere belohnungen ja also das ist jetzt nicht so ja es geht pose und so kleidung naja ist jetzt nicht so mein fall da gibt es deutlich bessere warten aber ist halt so muss auch so was geben hyperliga prämia wird auch bestimmt cool summer cup edition nur normal feuer wasser pflanze elektro käfer pokémon dürfen teilnehmen oh das wird interessanter cup meisterliga prämia keine legendären bis meyer superliga remix mal sowas verboten ist welches pokémon poppobop bau lula sanamak nirlof jugong schlurp empagata lantorn ja lantorn w Folge aber wie ich gehört habe ich habe abgeschwächt wieder weil ich nicht zumal ja panzer ehrhorn mund hier mit italien mit italien sieht man kaum noch wenn ich sagen das wurde er von epitaph abgelöst aber auch naja, Altaria, Welsa Beuterus, Keselea Galaflonschlick, Fiaro, Tromburg Akup, Skellocroc und Epitaph Achja, hier geht es gleich auch weiter, ja Aber es sind schon gute Pokémon gebannt worden Fantasy Cup, Super Edition Nur Pokémon mit Maximilien von 500, das ist klar Drachen, Stahl und Fee dürfen teilnehmen Ja Ich glaube Galaflonsmogmog ist da echt gut unterwegs Dann haben wir Fusil Cup Nur Pokémon mit maximal 1500 WP dürfen teilnehmen Wasser, Gestein, Stahl Auch interessanter Cup Dann der Funk Cup Genau, nur während der Jahreszeit So, jetzt kommen wir zu den interessantesten Sachen Attackenänderung Die folgenden Änderungen Attacken An Attacken treten am Montag, den 3. Juni um 19 Uhr in Kraft Okay, das ist schon mal gut Das ist sehr schön Funkensprung macht weniger Schaden Samenbomben macht statt 65 wieder 60 Schaden Also wird nochmal ein bisschen Abgeschwächt Das heißt Rommock wird auch ein bisschen schlechter Sternstauer Schauer wird besser Sternstauer Hätte hier schon Sternstauer Sternstauer wird besser So Tonubtu Riolo Lucario Suchokex Irokex Rigaron Pamamo Pamomamo Erlern Donnerschlag Lextremo Sofort Attack Conta Das kann sehr gut sein Was sich freut Flanival und Kodowal Kriegen Pulverschnee Da haben sie schneller Attacken Agoyon kriegt Drachenklaue Könnte gut spielbar werden Vielleicht Mit Drachenklaue Nicht schlecht Pipi Pixi Pummelhof Knuddelhof Pi Äh Fluffelhof Teddy Ursa 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 Erlern Sternstauer Ja Kommt drauf an Wie gut das wird Die Attacke Bin ich mal gespannt Ähm Ibitac Brutalanda Flethiamo Und Swannes Kriegen Fliegen Denk mal auch nicht die Meter so stark verändern Schätze ich Sternstau Schauer ist vielleicht das interessanteste mit Äh Flanival Pulverschnee Ja Donnerschlag ist Eine gute Attacke Also keine schlechte Attacke hat man schnell Aber ist jetzt nicht so die starke Attacke Ich schätze mal das wurde jetzt so gemacht wegen der hohen Wasseranteil in der Superliga und Superliga Naja Aber egal Das scheint es gewesen zu sein Für die Folge soll es das gewesen sein Und dann bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao